er killt mich einfach alter ist aber noch genau bist du denn ich komme es gut der typ hat so einer der klatsche nur weil ich das eisenschwert bekommen habt killt er mich ins könnte es immer recht schnell durchmachen arrogan yo liebe leute damit einen wunderschönen guten abend allerseits und herzlich willkommen zu einem neuen stream heute mit x manuel und legend lena oder lea oder so und caro ist natürlich auch am start ja caro sag mal hallo zu den leuten kann hallo hallo ist es dämlich wie funktioniert da fucking selbst mal bombe also ich versuchte jetzt einfach mal zu rechts klicken ja ich war irgendwie Das hat super funktioniert. LOL Wie? Warum? Ja, da kannst du auch nicht fliehen, das ist eine Selbstmordbombe. Ja, da ist ja schon drin, dass du auch stirbst. Er hätte mir durch den Namen klar werden können. Aber wir diesen Netherstar... Junge, verpiss dich. Da vorne liegt noch ein Heilschwert. Egal was wir sind, selbst wenn ich innocent bin und du detektivisch, tötet dich. LOL Ich dachte, du pokerst. Du bist so ein Fisch, Alter. Ich dachte, du pokerst halt. Ja, wahrscheinlich, aber nichts besseres zu tun, gell? Hallo? Hallo? Bist du der Typ von vorhin? Hi! Ich höre dich mega leise. Echt? Ja. Oh! Jetzt! Hi! Lol, was hast du geändert? Ich schrei einfach in mein Mikrofon rein. Warum haust du ab? Keine Ahnung, hier geht's hoch. Hier geht's irgendwie mit der Leiter hoch, aber da... Ich bin verwirrt. Ey, was ist das? Das ist... Scheiße. Lol. Ha, genommen. Einer ist hier neben mir! Hallo! Du hast es einmal gesagt, du wirst mich töten. Du bist Traitor, oder? Das warst du, ja. Der tötet mich so schön in Ruhe neben dir. Ja, der geht einfach nicht. Na, ne, ich will einfach seelenruhig da stehen und... Denk mir so, hm, ich guck mal ein bisschen weiter in der Gegend rum. Wird dir irgendwas passiert? Ich denk mir so, etwa wirst du komplett inkompetent oder du bist ein Traitor. Ja. Hab ich auch früher oft gespielt. Und, äh, danach gab's dann... Kart. Zwischendrin gab's noch irgendein Gehirn-Jogging, das wollte meine Mutter unbedingt. Gehirn-Jogging. Ohne Witz, ich hatte dieses Spiel nie besessen. Echt? Nö. Also, ich bin tot. Also, das hab ich ehrlich gesagt sogar ganz häufig gespielt, weil die Games irgendwie langweilig waren, weil ich zu gut dafür war. Da konnte ich das immer recht schnell durchmachen. Arrogan. Warte mal, hier ist ein Dings. Ey, Prinzess, kannst du mich hören? Hallo. Kannst du auch reden? Das hier ist geliebt. Lol. Okay. Tut mir leid. Äh, meine Oma hatte den früher immer, äh, aufm Klo und da bin ich ehrlich gesagt immer hin und hab den Gameboy-Göchsten nackt. Ähm. Ach, Klo. Ja, sie hatte da entweder Zeitung oder diesen Gameboy liegen. Geile Oma, ey. Geile Oma. Ja, die hatte damals auch schon gern gezockt irgendwie. Und der war irgendwann weg, keine Ahnung warum, aber kaputt war oder so. Und dann hab ich... Wahrscheinlich ist er einfach in die Toilette gekommen. Ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall war Ran nicht mehr da und dann hab ich mich umgeguckt und hab dann den 3DS gefunden. Äh, beziehungsweise den DS. Äh, lol. Warum geh ich immer drauf, Alter, was soll die Scheiße? Weil ich du Stress machen, du Steus, ich komm weg. Richtig unährenhaft. Ich hab dich gerade angezeigt bekommen, wo seid ihr denn? Bin tot. Nein, wir konnten darunter angezeigt, wer alles spricht. Du musst in der Nähe sein. Hi. Ey, du bist Tee. Nein, nein. Er schreit so, ey, du bist Tee. Klatsch, klatsch, klatsch. Ey, lebender Fisch. Ist es okay, wenn du in der Aufnahme bist? 3, 9. Ist es okay, wenn du in der Aufnahme bist? Äh, ja. Das heißt, kann ich quasi schnell zurückporten, oder was? Er schreit, kill mich. Tester. Ich bin zu Tester. Ich bin zu Tester. Ich bin zu Tester. Kann doch... keine... ...Pin... Ich bin zu ihm hin und türiert dann ganz schnell. Das müsste genau an dem Punkt sein, wo du dein Ding gesetzt hast. Okay, das funktioniert nicht so gut. Ja, ich hätte links klicken müssen. Ich bin zu dumm. Das ist kein Grund. Nein. Was soll sie tun? Hä? Warum lässt er sich töten? Ich muss es tun. Das ist für die Gerechtigkeit. Das ist so bescheid. Ich mache schnell, okay? GG. Ach ja... Ich bin doch nicht immer neben dir. die schnotte voll von dir ja er klingt nicht einfach alter ist aber noch genau bist du denn ich komme das gut der typ hat so einer der klatsche nur weil ich das eisenschwert bekommen habt kill der mich instant dann gibt dann gebe ich dem das eisenschwert was macht er mich trotzdem beleidigung eine amtsperson jetzt geht's los ja genau der eine schreibt schon dumm fragezeichen ich mach das einfach mit irgendjemand anderen das mit 40 dingen weil die map bietet sich so gut dazu an ja auch einfach einfach ein blatt ist ja viel zu nah für 50 meter du bist ganz am anderen ende stehen also habe ich auch gemerkt alles in uns bin gut du raffst tt nicht oder wer ist damit gemeint lol das wäre hart seltsam ich kann schon wieder war bei ein paar die beleidigung aber einfach mit dem schwert und dann mit der hand ja das könnte gehen das hat so nie rausgegeben wir haben so ups einmal zu viel ups du bist straight ups oh man ey ich will darauf jetzt rauslaufen ne ok warte wie viel zieht ein schweiz ab zweieinhalb wie viel hast du jetzt? oh jetzt habe ich drei stand ich habe doch gesagt ich habe drei dasstähts halb ab ja aber beim letzten hit macht's drei und wenn du springst macht'sкие dann sind's 4 ich bin aber nicht geschkommen du bist gesprungen ich bin nicht geschwungen du bist fucking gesprungen ich habe bis auf aufnahme ich habe es auf aufnahme Ok, warte, ich renne in den Westen der Map, ok? Bist du dumm? Was ist Westen, Alter? South, East, North, West, ok. Noch einen? Nice. Hast du es gekriegt? Jaja. Echt? Vor allem, ich habe jetzt einen halben Traitor und einen Detective getötet. Töte den anderen Deck auch, dann kriegst du das andere Team auch gleich mit. Ja, mit 200 Perzen oder was? Ja, ist egal, geh einfach auf ihn drauf, der ist unten gerade am Schnitzel. Es wird so schief gehen. Ja, niemals, Alter, niemals. Er ist schon richtig vollkannt auf mich. Es wird so schief gehen. Ja, es wird so schief gehen. Ja, es wird so schief gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017